JA! JA! 21 Damit präge ich mich safe nur auf, der hier Mit diesem scheiß Snipe, was man hier in der Ecke Jetzt halt dein Maul Fick dich, du Oh, älter, ich hau dich gleich Allein dieses Pfeifen aus der Lunge erst HAL HAL Ja, siehst du Nur Noobs können das nicht Alles klar Das muss man können, ne? Ey, Digga, das Spiel tut dir echt nicht gut, alter Ja, ja, wie gesagt, das tut dir nicht gut Mach ihn! Mach ihn! Sehr gut! Ah, ich bin tot gegen dir! Da steht noch einer genau an der selben Treppe wie du Hab ihn HALT DEIN MAUL JETZ! HALT DEIN MAUL JETZ! Ey, ich krieg da richtig Aggression, alter Ich find's lustig Wenn man so irgendwie so gar nicht gerade geschissen bekommt Ob man sie trotzdem irgendwie totkriegt Und dann kommt dieses Geräusch HALT DEIN MAUL JETZ! HALT DEIN MAUL JETZ! HALT DEIN MAUL JETZ! HALT DEIN MAUL JETZ! Weil du auf der Straße geboxt wirst HALT DEIN MAUL JETZ! 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 Oh, ich hab nen Kill damit Ja wie kommt man da auf das Haus dann auf? Ah ja genau HALT DEIN MAUL JETZ! HALT DEIN MAUL JETZ! HALT DEIN MAUL JETZ! HALT DEIN MAUL JETZT! HALT DEIN MAUL JETZ! HALT DEIN MAUL JETZ! Wie kommt man auf dieses Ich weiß, warum sie bei Käfigstadt 1 gegen 1 nur bis 10 Punkte gemacht haben, Alter, dass wenn man boostet, dass man nicht so viel erreicht Ach verdammt, ich bin zu doof, um auf Haus zu kommen Ich bin tot, alles klar Ich weiß gar nicht, wo ich es sein gelassen habe Das machen die so Oh, snap 14-0, Junge Nice Was, ich habe zuerst gemessert Ich gehe mal wieder ins Haus, ich habe irgendwie Angst Die sind im Gegnerhaus, also im Gegenüberhaus Ich habe nur so eine aufgehobene Waffe, Alter Das ist, nee, das ist die aufgehobenen Waffen-Style, dass man damit auf einmal gut klarkommt Ja, wahrscheinlich, oder Mensch 16-0 Der prallt auch noch mehr Alter, ich will einfach nur ein 25-0 oder so, Alter, dann bin ich der glücklichste Mensch Alter, was Am Haus bei dir Ja, ja Keiner an Radar Ich bin nicht so gut Diese Runde 17-0 Heiliger Bim Bam Hier Drohne Danke Oh, da wollte mir der Kill wickeln Schnappt Also, ich glaube, das lade ich auf YouTube auch mal gucken Ob ich da irgendwie Musik vor, keine Ahnung, mal sehen, was ich da mache Vielleicht lade ich es auch genauso hoch wie mit Stimme und so Aber ich bin der Meinung, dass das, dass die Stimme, äh, dass das Spiel viel zu laut ist Weil ich das nicht leiser gestellt habe, glaube ich Ich hoffe einfach, es ist leise genug Wenn es leise genug ist, dann sieht man es auf YouTube Ich grüße meine Mama Mein Hund Ich grüße auch deine Mama und deinen Hund Ich habe einen Hund Und meine Mama Oh, kurz Popeln, alter, weil es kitzelt Ja, du kannst das nicht hochladen Warum? Oh, Junge Warte noch Ich will noch einen Kill, alter, komm schon Ich bin so am Campen, meine Zigi Was? Das hast du nicht gesagt Ha, am Kill Komm, das schaffst du noch Komm, noch einen Kill Komm, noch einen Kill, dann habe ich 20-0 Schaffst du nicht mehr Ich glaube ich auch Ja, Mann, ich hit ihn Ich, äh, ich wollte ihn noch Komm, alter Ja! Ich bin so sch... Ja! 20-1 Ja Also das Jahr war, ich war glücklich, ne Scheiß mal auf den Tod, alter Ich hab für kurze Zeit 20-0 geschafft, egal Scheiß mal drauf Alter, ich bin so schlecht Scheiße Hier sehen wir Tobi's Skills So gut spielt der wirklich Achso, das geht ja, oh komm, das geht ja noch Ops, ich hab jetzt aus Versehen den Clip schon gespeichert, alter Aber hier sieht man, Quote 20 20er-Code Haut rein, YouTube Bis zum nächsten Mal Fickt aus Genau Raff